Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Werder Update mit drei Themen im Gepäck. Zum einen Balotouré. Werder bietet jetzt mit, also ein offizielles Angebot ist wohl eingegangen. Und zwar von 5 Millionen. Darüber sprechen wir gleich. Dann sprechen wir über Dennis Undorf. Den zieht jetzt in die Bundesliga allerdings nicht zu Werder. Können wir nochmal ein, zwei Kommentare kurz zu sagen. Und die Alternative für Balotouré soll wohl oder könnte wohl Augustinson sein. Ja, tatsächlich, dieses Gerücht gibt es schon seit ein paar Tagen von einem Sevilla-Insider. Und auch ein, zwei Zeitschriften haben darüber berichtet. Das könnte natürlich sehr, sehr interessant werden, Ludwig Augustinson zu haben. Auch bei Transfermarkt.de steht dieser Wechsel als Gerücht zumindest mal drin. Da ganz vorsichtig bitte sein mit sowas. Immer auch als Gerücht, sag ich mal, annehmen und eben nicht zu viel reininterpretieren. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Video. Und gerne, 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 Freunde, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo da lassen. Guckt mal hier, 21.200 Abonnenten haben wir geknackt. Wir machen uns auf den Weg zu den 21.300. Ist ja ganz klar. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich kann jetzt auch im Stehen mit euch diese Videos machen. Was für mich persönlich eine super Ergänzung jetzt ist. Denn der neue Schreibtisch ist jetzt aufgebaut. Der alte Schreibtisch ist weg. Das heißt, ja, vielleicht machen wir auch mal ein komplettes, kompletten Spiel, ein komplettes Spiel im Stehen. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Bock und werde mit Sicherheit das ein oder andere Video auch im Stehen schneiden, beziehungsweise hochladen, um einfach eine Abwechslung zu haben, um nicht immer nur sitzen zu müssen, sozusagen. Ja, und genau. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal kurz noch berichten für die, die es interessiert. So, und dann gehen wir jetzt erstmal auf Balo Touré ein. Ganz liebe Grüße gehen raus an Chris. Er hatte mir den Artikel gerade eben als allererstes gesendet gehabt. Von der Zeitschrift, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Hört so ein bisschen an jetzt wie bei Harry Potter, ne? Den Namen, der nicht genannt werden darf. Aber hier ist es tatsächlich. So, hier haben wir auf jeden Fall den Artikel von der Zeitschrift, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und wenn wir jetzt auf das Ganze hier mal drauf gehen und auf Übersetzen gehen, dann können wir das Ganze auch mal zitieren. Zwei Serie A-Klubs haben Angebote für Balo Touré angenommen, der jetzt entscheidet, wohin er gehen soll. So ein Bericht laut, mhm, hat der Linksverteidiger Angebote von Bologna und Sasu Lu in der Serie A erhalten. Die beiden Vereine haben Mailand vier Millionen geboten und die Angebote angenommen. So, dass der Ball jetzt an den Spieler übergeht. Das heißt, die Entscheidung ist jetzt beim Spieler. Und jetzt kommt Folgendes dazu. West Ham und Fulham waren interessiert, aber er scheint letzteres Angebot abgelehnt zu haben. Das heißt, von Fulham abgelehnt, das hatten wir gestern schon mal auch Leichtbericht gehabt, während die Hammers noch kein Angebot gemacht haben. Soll wohl aber scheinbar nicht interessant sein für ihn, wenn man das Stand jetzt mal einschätzen kann. Jetzt aber in Deutschland stieg Werder Bremen auf fünf Millionen Euro inklusive Boni-Zahlungen ein. Dieses Angebot wurde auch vom Rosseneri-Management angenommen. So, dass jetzt der ehemalige Mann aus Lille und Monaco seine Entscheidung treffen muss, wohin er als nächstes gehen soll. Es muss auch klargestellt werden, dass im Moment keine mündliche Vereinbarung über persönliche Bedingungen mit einem der gesamten Klubs gefunden wurde. Die Entwicklung soll in den kommenden Tagen eintreffen. Also heißt so viel, wie das grundsätzliche Angebot erstmal angenommen worden ist. Aber jetzt erstmal, bevor man dann in die intensive Verhandlung und in die letzten Schritte geht, geht man erstmal oder beziehungsweise muss erstmal der Spieler jetzt sagen, wohin er denn möchte. Und dann wird Milan mit dem Klub, also mit dem jeweiligen Klub nochmal in die Gespräche gehen. Dann gibt es auch eine mündliche Vereinigung. Aktuell gibt es diese nicht. Man muss natürlich eins dazu sagen, wenn Werder wirklich fünf Millionen zahlt, und es ist ja zuletzt auch so ein bisschen durch die Blume gesagt worden, dass man da ja auch ein Invest macht, beziehungsweise wurde ja auch gesagt, dass man für Neuzugänge, dass man auch Geld hat, um das Ganze zu reinvestieren, beziehungsweise nicht auf Abgänge angewiesen ist, um jemanden zu verpflichten. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Sache, wenn man fünf Millionen plus in dem Bereich für den Spieler ausgibt, dann sind wahrscheinlich die meisten Werder-Fans der Meinung, das Geld in einen Sechser zu stecken. Da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne schon mal reinschreiben, was ihr denn machen würdet, wenn man sagt, okay, fünf Millionen plus, das würden wir jetzt zahlen für Spieler X. Auf welcher Position würdet ihr so viel Geld aus Werders Sicht investieren? Bei mir wäre es übrigens auch der Sechser. Also, wenn man fünf Millionen plus für ein Spieler ausgibt, dann für einen Sechser. Jetzt muss man sagen, Balotouré hat einen Markt von dreieinhalb Millionen. Ich weiß, man kann die Situation nicht vergleichen, aber es ist ja trotzdem so, dass es ein kleiner Beigeschmack da ist und im Hinterkopf ist, wenn man überlegt, dass man für Bekennen anderthalb Millionen angeblich nur bekommen hat. Ich hoffe wirklich, dass die Summe einfach nicht stimmt. Ich hoffe einfach, dass wir da deutlich mehr bekommen haben, denn auch er hat den Markt von dreieinhalb Millionen wesentlich jünger, viel mehr Potenzial. Ja, bei Balotouré zahlst du auch mehr dafür, was du direkt bekommst. Dennoch ist das natürlich beides vom Marktwert her. Ein Spieler mit dreieinhalb Millionen. Ja, auch geschätzter Marktwert und so weiter, das wissen wir ja auch alles. Aber trotzdem ist es, glaube ich, im Hinterkopf. Und ich glaube, das kann vielleicht auch der eine oder andere verstehen. Jetzt ist die Frage, was will Balotouré? Für welchen Klub wird er sich entscheiden? Wenn er sich jetzt für Werder entscheidet, dann könnte das Ganze in der nächsten Woche finalisiert werden. Schauen wir mal, was es daraus wird. Und als Backup sozusagen, und da gab es auch 90 Minuten, hat darüber übrigens Bericht gehabt, dass als Alternative hier übrigens, Augustinzon als Alternative. Die Russeneri wären bereit, eines der Angehörte anzunehmen. Das war halt, wie gesagt, noch von gestern. Jedoch hat sich der Spieler selbst noch nicht entschieden. Die Chancen für Werder Bremen dürften jedoch bei der recht großen Konferenz nicht als sonderlich hoch im Pupp sein. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass sie ein Angebot von 5 Millionen gemacht haben und dass das wohl auch angenommen worden ist. Das heißt, jetzt kommt einfach nur an, was der Spieler halten möchte. Jetzt aber hier zu dem Punkt. Eine weitere Alternative für die Werderane könnte Ludwig Augustinzon vom FC Sevilla sein. Der schwedische Linksverteidiger hat in Bremen seine beste Zeit verbracht und könnte an die Weser zurückkehren. Wirklich konkrete Informationen gibt es diesbezüglich eines solchen Transfers allerdings nicht. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass es auch dabei bleibt. Ich habe schon mal gesagt, ich könnte es verstehen, wenn man einen Augustinzon ablösefrei kriegen könnte von Sevilla. Dass Werder sich damit beschäftigt, weil Sevilla halt auch das Gehalt von ihm streichen muss. Und es gibt ja auch einen Sevilla-Insider, der sogar darüber berichtet hat, dass Werder interessiert ist an Augustinzon. Der hat aber eine Summe geschrieben von 2 bis 3 Millionen. Wenn ich dann sowas lese und sage, 2 bis 3 Millionen für Augustinzon, um ihn zurückzuholen, finde ich, ist schon ordentlich Kohle auch. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Wie gesagt, grundsätzlich könnte ich es irgendwo verstehen. Sage aber auch, und das ist nur meine persönliche Meinung, ich würde da jetzt nicht Samba auf den Tisch tanzen. Es wäre dann so. Also wenn Augustinzon für 2 bis 3 Millionen kommt, dann sage ich, gut, das ist dann halt jetzt so. Aber da können wir jetzt keine Sause schmeißen. Versteht ihr, was ich meine? Das einfach mal so aus meiner Perspektive, dass ihr das vielleicht auch mal hört. von Augustinzon. Aber da interessiert mich auch gerne, was ihr dazu zu sagen habt. Würdet ihr in Augustinzon zurücknehmen? Und wie würdet ihr das finden? Und vor allen Dingen, wenn man das gegeneinander legt, würdet ihr Balotouré für 5 holen? Oder sagen wir mal Augustinzon für 2? Wenn ihr diese Wahl hättet, Augustinzon für 2 oder Balotouré für 5? Und ihr müsst eins davon machen. Was würdet ihr machen? Schreibt es in die Kommentare. Das ist übrigens auch sowas, da hatte vorgestern, glaube ich, in meinem Video jemand geschrieben gehabt und gesagt, weil ich sage ja immer ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Dieser Kanal soll ja auch dafür sein, dass ich, ich sage ja auch meine Meinung, ich interessiere mich einfach extrem dafür, was ihr denn auch zu den Themen zu sagen habt. Und die Kommentare sind ja auch dafür, dass ihr euch auch untereinander austauschen könnt. Und dann halt eben gegebenenfalls diskutieren könnt. Und eben für die Leute, die, so wie ich zum Beispiel, nicht direkt in Bremen wohnen und eben nicht drei Nachbarn haben, die alle Werder-Fans sind. So kann halt jeder Werder-Fan trotzdem über Werder reden. Reden, finde ich eigentlich doch eine schöne Sache, oder? Naja, jetzt kommen wir zum letzten Thema des Tages. Undarf, wollte ich noch mit reinnehmen. Denn da kam ein Artikel raus. Und zwar hier, zum VfB? Brighton Trainer bestätigt nahenden Undarf-Abgang. Und der soll wohl wirklich bei Stuttgart auf der Liste sein. Und angeblich soll das Ganze wohl kurz vorm Wechsel sein. Laie mit Kaufoption oder Kaufpflicht, eventuell sogar direkter Kauf. Wenn Girassi gehen könnte, dann könnte Undarf ihn ersetzen. Das ist natürlich ein Wahnsinns-Transfer. Und darf haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. Hätte ich auch sehr, sehr gerne bei Werder gehabt. Muss ich ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Als auch Völkuh-Ersatz. Wenn Völkuh denn eben gehen würde, dann wäre Undarf so meine Top-Top-Lösung, sage ich mal. Aber auch so ist es einfach ein super, super genialer Fußballer. Und auch ein mitspielender Stürmer. Also wirklich nicht jemand, den du nur eben vorne reinstellst, sondern der auch was mit dem Ball anzufangen weiß und den du auch als Hängenspitze spielen kannst. Also für mich persönlich ist Undarf einfach ein super, super Stürmer. Wenn Stuttgart ihn wirklich bekommt, dann können die sich da absolut freuen. Ich habe mich ja schon oft mit ihm beschäftigt, weil er eben ja auch das eine oder andere Mal bei uns eben als Gerücht aufgetaucht ist und ja auch in Achim geboren ist. Undarf einfach eine Granate, abschlussstark, gut auch als Hängenspitze, hat das Auge für den Mitspieler und trotz dessen eben diesen nötigen Abschluss, den du auch selber brauchst. So, diesen Killer-Instinkt sozusagen. Ja, zu all den Themen gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal raus. Falls ihr es noch nicht getan habt, Freunde, sehr, sehr gerne noch ein Abo dalassen. Und übrigens zu dem Turnier haben ein paar Leute gefragt, ob ich dazu noch was sage. Ich weiß, gestern ist keine Benachstiegung vom Video rausgegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe dazu tatsächlich ein Video nach dem Leistung gemacht. Könnt ihr ja gerne noch abchecken, wenn ihr mögt. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Achso, und nochmal für die Leute, die es interessiert. Jetzt aus der anderen Perspektive. Ich liebe diesen Tisch. Das ist ein absoluter Spieltisch jetzt, ey. Ja, das wird jetzt der Hintergrund sein, den ich hier dekoriere. Also jetzt praktisch ist der nächste Step, ja, den Hintergrund zu gestalten. Und da bin ich auch dran. Wird wahrscheinlich dann bald auch schon zu sehen sein. Also, wenn du da Bescheid wirst, das bleibt nicht so, sondern das hier wird noch dekoriert zwischen den LED-Leisten sozusagen.